So meine Herrschaften und Zapfties, wie wär's, Herr Nachbar, Frau Nachbarin, trinken wir schnell ein Massen miteinander. Also, Sie glauben, das wäre vielleicht ein bisschen zu viel für Sie. Na ja, dann trinken wir halt ein halbe oder ein kleines, wie Sie sagen, wir sagen ein Quartel. Oder haben Sie schon mal ein Radlermass probiert? Sie, das ist für was Gutes gegen Durst. Das ist halb Limonad, halb Bier. Oder vielleicht schmeckt Ihnen auch ein sogenannter Russ, das ist Weißbier mit Limonade gemischt. Ich weiß schon, Sie da droben, weiter im Norden, Sie trinken die Berliner Weiße. Das ist Weißbier mit Himbeersaft gemischt. Aber, ich möcht sagen, es ist ganz wurscht, was man trinkt. Gut tun, tut's einem auf jeden Fall. Und noch eins, schlafen tut man, ah, ausgezeichnet. Aber, dass wir uns nicht falsch verstehen, nicht bloß beim Fernsehen, sondern auch hinterher im Bett. Aber ich glaube, jetzt trinken wir zuerst einmal. Prost. Prost. Auf Ihr Wohl. Ah, es schmeckt schon gut, unser Bier, mein Lieber. Da kann man bloß sagen, Hopfen und Malz, naja, Sie kennen ja den alten Spruch. Hopfen und Malz, Gott erholt's. Aber nicht, dass Sie glauben, dass man Bier bloß anzapfen kann. Übers Bier kann man auch allerhand verzapfen, wie Sie gleich hören werden. Und zwar entweder mit Bierruhe oder mit Biereifer. Ganz, wie Sie's wollen. Aber ich möchte Sie jetzt nicht schlauchen mit meiner kleinen Bierphilologie. Sonst wär ja schon am Anfang Hopfen und Malz verloren. Ich hab heut ganz was anderes vor. Ich möchte nämlich ein kleines bisschen tiefer mit Ihnen zusammen hineinschauen in so einen Krug. Denn in diesem Steingrug voll echtem deutschen Nationalgetränk, da steckt nämlich allerhand drin. Der Hopf ist ein Tropf, der jeden Tag sein Herrn sehen will, sagen die Hopfenbauern in der Hallertau, dem größten geschlossenen Anbaugebiet der Welt. Der Hallertauer, wie auch der Spalter, Hersbrucker und Tettnanger Edelhopfen, ist ein hocharomatisches und äußerst empfindliches Maulbeergewächs, das zuweilen, und das sei betont, die höchsten landwirtschaftlichen Erträge einbringt. An die 100.000 Hopfenzupfer werden allein in Bayern jedes Jahr gesucht, wenn im August, September die Dolden pflückreif sind. Für die Städter war das Hopfenzupfen früher eine ideale Ferienbeschäftigung auf dem Land. Heute aber kriegen die Hopfenbauern von ihren ehemaligen Hopfenzupfern höchstens noch Ansichtskarten aus Italien. Hopfen ist für Schmuser und Aufkäufer ein begehrtes Spekulationsobjekt. Ein Zentner Gold der Hallertau kostete im Jahr 1957 über 1200 Mark. Aber die Zeiten sind vorbei. In den letzten Jahren waren die Hopfenbauern schlechter dran, denn der Hopfenpreis sank durch allzu große Überproduktion unter die Eigenkosten auf 200 bis 300 Mark. Zudem wirkt sich die jugoslawische und tschechische Konkurrenz immer stärker aus. Ein Zentner Verdrussgemüse, wie ihn die Bauern auch nennen, ist allein mit 100 Mark Pflückerlohn belastet. Der Hopfenzupfer kriegt pro Metze zwei Mark. Zusätzlich freie Kost und Unterkunft. Ein fleißiger Pflücker bringt es auf fünf bis acht Metzen am Tag. Trotzdem zwingt der Pflückermangel die Hallertau immer mehr zur Mechanisierung. Und ein Großteil der Ernte wird bereits mit Pflückmaschinen eingeholt. Mit der Hopfenzupfer-Romantik ist es vorbei. Auch an die Braugerste werden höchste Anforderungen gestellt. Sie muss vor allem eiweißarm und keimfreudig sein. Lagerung und Bearbeitung der Gerste kosten die Brauereien viel Raum. Auf dem Land kann man sich noch riesige Tennenböden leisten. In der Stadt stellt man sich auf Silo, Türme und Elevatoren um. Unsere Brauereien brauchen pro Jahr etwa eineinhalb Millionen Tonnen Braugerste. Deutschland, einst einer der größten Gerstenproduzenten, muss heute Gerste einführen. Zwei bis 300 Gramm Gerste wird für einen Liter Vollbier gebraucht. Die 2200 Brauereien in der Bundesrepublik, davon sind allein 1560 in Bayern, erzeugen im Jahr 55 Millionen Hektoliter Bier. In Bierflaschen nebeneinander gereiht, gäbe das eine Bierleitung zum Mond und wieder zurück. Der Verkaufswert des Biers beträgt über 4 Milliarden Mark. Ditter ... Ditter ... Vielen Dank. Ja, unser Bier ist also so rundgerechnet 6000 Jahre alt. Und wenn man so heutzutage auf der Welt rumschaut, da findet man noch recht verschiedene Bierarten. Da gibt es zum Beispiel Reisbier, Hirsebier, Maisbier, Kokosbier, Honigbier und natürlich unser Gersten- und Weizenbier. Nun, bei uns in Bayern, da ist das Bier natürlich ein echtes Naturprodukt. Laut der Reinheitsgebot dürfen bei uns im Bier nur vier Stoffe enthalten sein. Und zwar Malz, Hopfen, Hefe und Wasser. Ja, Wasser. 22 Liter Wasser braucht man für eine einzige Maß Bier. Die meisten Brahereien besitzen deshalb eigene Quellwassergebiete. Von dem abgesehen ist das Wasser ausschlaggebend für die Qualität der Biere. Hier wird Gerste gewaschen und eingeweicht. Sie saugt dabei 45 Prozent des Eigengewichts an Feuchtigkeit auf und beginnt zu keimen. Das geschieht in der Melzerei. In einer Augsburger Braherei breitet die Maschine die feuchte Gerste, das sogenannte Weichgut, aus. Jetzt ist das Thermometer des Obermelzers ein wichtiges Requisit. Denn nur bei einer bestimmten Temperatur, so um 10 Grad Celsius herum, spitzen sich die Körner und treiben Keime aus. Jahrhundertelang war dies die charakteristische Arbeit des Brauburschen, das Wittern oder das Wenden des Haufens, damit er gleichmäßig atmen und keimen kann. Mancher Brauer kann es halt gar nicht mehr. Denn heute bedient man sich mechanischer Wendereien. Nach acht Tagen Lagern und Wenden in der Melzerei haben die Keimlinge Kornlänge erreicht. Das Grünmalz ist jetzt für die Tare bereit, für eine 100 Grad Schwitz- und Trockenprozedur. Die Vorheizkammer der Tare heißt in der Brauersprache die Sau. Das Wort a Sauhitz stammt da von her. Hier in der Sau oder in der Tare entscheidet sich, ob es dunkles oder helles Bier werden soll. Das Malz für das dunkle Bier, das im Gegensatz zu früher sogar bei uns ziemlich aus der Mode gekommen ist, wird stärker und dunkler geröstet. Hier in Mekatz im Allgäu treiben noch unverwüstliche Dampfmaschinen die Transmissionen und die Rührwerke an. Aber schon nächstes Jahr wird diesem seit 1880 funktionierenden Unikum der Dampf ausgehen. Man muss sich auf Öl oder Elektrizität umstellen. Und wenn auch jetzt gleich einige Braumeister fast in Ohnmacht fallen werden, ich möchte behaupten, Biersieden und Kaffeesieden sind sich einander gar nicht so fremd. Der geröstete Malzkaffee wird auch gemahlen und in die Brühe hineingeschüttet. Ähnliches passiert auch in der Brauerei mit dem Gerstenschrot. Vom Maisbottich fließt die sogenannte Vorderwürze in den Läuterbottich. Der Malzkaffee, äh, verzeihung, das Bier natürlich, ist aber noch lang nicht fertig. Mit diesem Rührwerk werden die Rückstände, sozusagen der Kaffeesatz, ausgehackt. Was dann rauskommt, sind die sogenannten Trebern, ein hochbegehrtes Kraftfutter für die Landwirtschaft. Jetzt erst kommt das Teuerste dazu, der Hopfen. Der dem Bier die bittere Würze und die Haltbarkeit verleiht. Pro Hektoliter 150 bis 400 Gramm. Die heiße Würze wird in das Kühlschiff oder in den Setzbottich gepumpt. Der ausgekochte Hopfen bleibt im Sieb. Nach Zugabe von Hefe bleibt das Vollbier acht bis zehn Tage im Gärkeller. Selbst in Bayern kann man Brauereien mit hölzernen Gärbottichen bald an den zehn Fingern abzählen. Unter der Kreuze, dem seltsamen Schaumgebirge, vollzieht sich der entscheidende Prozess der Bierbereitung. Die Hefe spaltet den Malzzucker in Alkohol und Kohlensäure. Das Jungbier entsteht. Früher hat man die Fässer mit Eis und Schnee zugedeckt gelagert. Heute spart man in der Brauerei durch die modernen Kühlmethoden Platz. Die Lagerzeit bleibt allerdings die gleiche. Der Lang von Reisbach holt sich sein Eis noch aus der Vils. Das ist eine kalte Februararbeit, bei der man gegen den Rheumatismus nicht simperlich sein darf. Aber dafür hat der Brei etliche Dragl Freibier spendiert. Oh, Ruf, du kieks on! Ja, lef! Du, du nondst. Oh, du, ich weiß nicht, dass du weißt, wo ja alle geht. Oh ja! Oh! Ja, das ist hier los. Oh, da sind wir los. Oh, da ist hier los. Ja, da ist hier ja los. Das ist eine prisoners, aber daués Sie nochmal los. Los, wir werden nur, dann sehen Sie am Probe. Die Engelste sind da, seit der Bausten. Vierspannig schaffen die Bräuerässer die Eisplatten in den Keller der Brauerei. Früher hat man im Keller die Lausbuben eingesperrt. Das Eis wird immer weniger, denn die Bauern brauchen nicht mehr viel. Kühltheken und Kühltruhen bereiten auch diesem Nebengewerbe der Brauereien den Gar aus. Der gute alte Eisbär ist schon ein Museumsstück, jener altmodische Kühlschrank, den man mit zerhackten Eisstücken auffüllen musste, damit das Erntebier nicht sauer wurde. Eichene Fässer und Panzen gehören zur Brauerei wie der Henkel zum Mauskrog und immer muss der jüngste Spund ins Fassl hinein. In Furt bei Landshut waren wir nochmal beim Pichen der 60 Hektoliter Fässer dabei. Sauberkeit ist ja in jeder Brauerei das oberste Gebot. Das aus Fichten und Kiefern gewonnene Braupech wird zum Sieden gebracht. Die Fässer werden geschwefelt und gepicht. Einmal zum Abdichten und zum zweiten, dass das Bier haltbar bleibt. Der brennende Pichkolben löst das alte Pech. Aber wir müssen Ihnen sagen, dass wir alles, was wir hier zeigen, fast schon ein bisschen als Historie anschauen müssen. Heutzutage wird nämlich das Pichen von vollautomatischen Pichmaschinen erledigt. Zudem setzen sich mehr und mehr die Metallfässer durch und bestimmte Holzfassgrößen werden bereits von den Antiquitätenhändlern aufgekauft. Die Fässer müssen jetzt über den Hof gerollt werden, damit sich das Pech verteilt. Zum Schluss lässt man das restliche Pech für den nächsten Pich heraus. Vom Durst und vom Bier leben nicht nur die Brauer und die Brauereien, sondern auch so manche Nebenindustrien. Etwa 100.000 Menschen arbeiten für den Brauereibedarf. Was wäre zum Beispiel ein kühles Bier ohne Glas? Im Bayerischen Wald wird noch Bierseidel für Bierseidel, Tulpe für Tulpe, Mund geblasen und Hand geformt. 1400 Grad Hitze hat das rohe Glas, da werden bei der Arbeit etliche Bierflaschen geköpft. Das ist gut. Das ist gut. Ganz kurz ab und komm zurück. Untertitelung des ZDF, 2020 Die Amberger Flaschenhütten schaffen pro Tag 300.000 Stück. Flaschen stehen zur Zeit hoch im Kurs, denn der Fassausschank geht immer mehr zurück. Die Statistiker meinen, das Pantofelkino, das Fernsehen wäre dran schuld. So wie jedes Haferl seinen Deckel braucht, so braucht natürlich auch jeder Bierkrug seinen Untersetzer. Sein Bierfutzl, wie wir sagen. Ich weiß nicht, ob Sie das verstehen. Bierfutzl, das kommt daher, dass man früher wirklich ein Stück Filz unter den Bierkrug gelegt hat. In Brand im Fichtelgebirge werden aus besten Fichtelgebirgsfichten die Pappen für die Fützl hergestellt. Sie gehen hernach in alle Welt. Die Bierfutzl sind heutzutage übrigens ein begehrtes Sammelobjekt. An die 10.000 verschiedene soll es geben. Besonders seltene Deckel haben einen Wert bis zu 100 Mark. Der Herstellungspreis beträgt den Bruchteil von einem Pfennig. Aber weil wir gerade bei den Bierfutzl sind, bei den Bierfutzl beginnt bei uns in Bayern auch der sogenannte Biersport. Er ist übrigens älter als der Turnvater Jan, das dürfen Sie mir glauben. Ich werde Ihnen gleich einmal was zeigen. Passen Sie auf, legen Sie einmal ein Bierfutzl so auf einen Maskrug. Und jetzt probieren Sie, ob Sie mit einem Finger Ihrer Hand, mit dem stärksten natürlich, ob Sie da von oben her mit einem gewaltigen Stoß durchstoßen können. Passen Sie auf, ich mache Sie Ihnen vor. Sehen Sie, so muss das gehen. Aber, wie gesagt, das ist noch lange nicht der Rekord. Bei uns in Bayern gibt es Burschen, die stoßen zwei und drei Bierfutzl aufeinander durch. Aber ich rate Ihnen trotzdem, passen Sie auf, dass Sie sich Ihren Finger nicht abbrechen dabei. Fertig, los! In der Münchner Bierstadt, dem größten Bierlokal der Welt, das hat den Bierausstoß einer mittleren Brauerei, findet alljährlich unter dem Motto Menschen, Biere, Sensationen, das Fasselrennen statt. Der Sieger kriegt ein Fassel Bier. Manchmal aber auch ein Hüngeraugenpflaster vom Sanitäter, wenn ihm der Panzen auf die Zehen fällt. Einen Stein von 508 Pfund hat der Steirer Hans, ehemals königlich-bayerischer Bierherkules, mit Daumen und Zeigefinger in die Höhe gelupft, so als wäre es ein Packel Kunsthonig. Der Steirer Hans hat allerdings noch am Tag so seine 15 Mast Dunkles inhaliert. Wissen Sie, was der Steirer Hans gesagt hat? Einen solchen Stau hat ja mein Großvater an der Uhrketten getragen. Aha, da sind sie ja. Wie sich die Damen emanzipieren, das einstmals schwache Geschlecht. Wirklich starke Männer gibt es ja heute kaum mehr. Bloß einer, ein Gärtner aus der Gegend von Starnberg, der hat es ihnen gezeigt. Der hat hingelangt, dass der das ganze Gestell verbogen hat. Die körperliche Anstrengung der Fingerhackler ist enorm. So sagt man, dass der Kraftaufwand in den zwei Minuten wie so ein Fingerhackl-Kampf dauert, dem eines Boxkampfes von zwei Runden entspricht. Nur schlägt man sich nicht gegenseitig die Nasen ein, sondern zieht sich nur die Haut von den Fingern ab, was auch nicht sehr wohl tut. Das Wichtigste der ganzen Sache aber ist der Ring. Er besteht aus 20 bis 30 Umgängen eines Schuster-Pev-Drahtes oder eines gewatzten Hanfseils. Er hält eine Belastung von 475 Kilogramm aus. Und noch ein Ruckerl. So, jetzt haben wir's gleich. Gut, sag ich. So, und jetzt marschieren die Bierführer der Münchner Brauereien ein. Es geht um Ehre und Sieg. Auf geht's zum Fasselstemmen. Aber nicht, dass sie denken, die Fassel sind leer, da ist schon was drin. Sie wiegen bis 200 Pfund und sind schwerer zu stellen als Handel und Gewicht. Der Bierführer, der gewinnt, erhält natürlich einen feuchten Preis und ein goldenes Lob von seiner Brauerei. Denn die nächste Konkurrenz wird am St. Florianstag bei seinem Brau stattfinden. Was meinen Sie, wie da die Wirt drauf spekulieren? Neben dem Fasselstemmen ist natürlich das Bierstemmen der allerbeliebteste Sport. Auf und nieder, auf und nieder. 10C, bring nur ein Maß. Der Durchschnittsdeutsche stemmt im Jahr an die 100 Maß. Er steht damit in der Weltrangliste an vierter Stelle und wird nur noch von den Belgien, Neuseeländern und Australiern statistisch unter den Biertisch getrunken. Ja, München ist eine Großstadt und eine Bierstadt ist auch und eine Bauernstadt. Aber sonst wäre ich heute nicht da. Wer zum Starkbier geht, der muss sich der Blecker lassen. Das ist ein bayerisches Naturgesetz. Ja, der Salfatter ist eine Kreuzung zwischen einem Bier und einem. Seht, der gehört auch nicht getrunken, wie es Wasser ist und ein gesudelt und geschlägt. Aber unser weiß-blaue Fauna, den lassen wir nicht, außer wenn der Löwe ganz schwarz ist und so klein wie ein Maus. Der Röderjacke, der niederbayerische Trubatour zieht alles, was Rang und Namen hat, durch den Kakao oder besser gesagt natürlich durchs Bier. Hoffen wir, dass der Kruschepp nicht noch einmal einen großen Wut am Fall, Krüten vor der UNO sei und der Hosen auch noch aussieht. Auch das Oktoberfest gehört natürlich dazu. Der weltgrößtes Bierfestival, das in Bayern mit preußischen Märschen eingeleitet wird. Am ersten Wiesensamstag ziehen die Wirte und die Kellnerinnen ein. Münchner Oktoberfest, zwei Millionen Besucher huldigen ihm mit drei Millionen Liter Münchner Bier und immer wieder der berühmte Schenkkellner am Werk. Thomas Wimmer, genannt Dammerl, Alt-Oberbürgermeister der Isar-Stadt. Er schwingt den Bierschläger wie kein anderer. Er ist es, der die erste Wiesenmaß in den Steingrug zischen lässt. Wenn nur die anderen Schenkkellner auch so ein gutes Maß hätten für die Maß. Oh, das ist bestimmt kein Dimmbier, ha, das ist ein echt frisches Oktoberfestbier. Er ist es, der die erste Wiesenmaß in den Steingrug zischen. Er ist es, der die erste Wiesenmaß in den Steingrug zischen. Sieht, da schaut man voll sauber aus, wenn man nach der fünften oder sechsten Maße ins Spürgermein schaut. Ja, das Bier, das hat es halt in sich. Also ich möchte behaupten, aber das ist natürlich meine ganz persönliche Meinung, das Bier und das Bett gehören wahrscheinlich zu den größten Erfindungen der Welt. Es gibt zwar Leute, die behaupten, wir Deutsche trinken viel zu viel Bier. Wir würden Moral und Ideal im Bierkrug ersaufen und wer weiß, was noch alles. Also ich finde, das Biertrinken ist unser größtes Übel nicht. Außerdem ist Biertrinken ja heutzutage geradezu eine staatsbürgerliche Pflicht. Denn mit jeder Maß greift man dem Vater Staat unter die Arme. Über eine halbe Milliarde Mark werden im Jahr an Biersteuern kassiert. Von jedem Hektoliter Bier fließen mindestens zehn Maß nach Bonn. So, jetzt ist mein Maßkrug inzwischen auch leer worden. Aber Sie wissen ja, Hopfen und Malz, Gott erholt's. Und ich möchte von mir aus noch hinzusetzen, auf das so bleibt in Ewigkeit und nie mehr kommt ein Dinnbierzeit. Prost, auf Ihr Wohl.